Der Dampfgarer mit Backofen im XL-Format mit der innovativen Multi-Steam-Technologie. Kulinarische Perfektion von Miele. Wassertank und Kondensatbehälter befinden sich hinter der Blende. Das schafft zusätzlichen Platz. Die Bedienung ist einfach. Zunächst die Betriebsart, dann Temperatur und Dauer wählen und los geht's. Beim Dampfgaren wird nach und nach Wasser in den leistungsstarken Dampferzeuger gepumpt. Dampf wird in kürzester Zeit erzeugt, denn kleine Wassermengen verdampfen schnell. Dank Multi-Steam gelangt der heiße Dampf über sechs Öffnungen in den Garraum. Speziell bei großen Garräumen ist Multi-Steam entscheidend. Die Kombination aus leistungsstarkem Dampferzeuger und sechs Dampfeinlässen verkürzt die Aufheizzeiten deutlich. Die intelligente Positionierung der sechs Dampfeinlässe führt zu einer besonders schnellen und gleichmäßigen Verteilung des Dampfes. Wichtig vor allem, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gegart wird. Der Dampf verdrängt den Sauerstoff. Aromen, Vitamine und Farben bleiben somit besser erhalten. Wenn die gewählte Temperatur erreicht ist, beginnt die Garzeit. Die Speisen werden umhüllt und dadurch erwärmt. Während der Garzeit herrscht ein konstantes Garklima. Überwacht durch einen Temperaturfühler. Beständig wird frischer Dampf zugeführt und überschüssiger Dampf abgeleitet. Der Dampf gelangt in den Kondensator, trifft dort auf die kühlen Wände und wird wieder zu Wasser. Das Wasser läuft in die Kondensatpumpe. So wird der Dampfaustritt aus dem Gerät minimiert und ein angenehmes Küchenklima sichergestellt. Auch im Garraum schlägt sich Dampf nieder und fließt zur Kondensatpumpe ab. Ist ein bestimmter Füllstand erreicht, wird das Wasser in den Kondensatbehälter gepumpt. Bei Garzeitende startet automatisch die Dampfreduktion. Hierbei wird frische Raumluft in den Garraum geführt. Diese vermischt sich mit dem Dampf und wird weiter zum Kondensator geleitet. So gibt es kaum Dampfaustritt beim Entnehmen der Speisen. Jetzt wird der Dampferzeuger entleert. So startet jeder Garvorgang mit frischem Wasser. Nach der Zubereitung noch den Kondensatbehälter leeren und fertig. Der Dampfgarer mit Backofen im XL-Format. Mit der innovativen Multi-Steam-Technologie. Kulinarische Perfektion von Miele.